Trenti praktisch und überraschend. Das ist der Flippin. Ein farbfroher Abfalleimer, der Ihrem Zuhause ein wundervolles Design verleiht und erhält lange, da Sie für ihn eine 10-Jahres-Garantie und Service vom Brabantia bekommen. Der Flippin ist in einer Vielzahl von Farben erhältlich. Eine gefällt Ihnen also bestimmt. Er umfasst insgesamt 30 Liter, hat also viel Platz und Sie können den Deckel mit nur einer Fingerspitze öffnen. Etwa so. Der geöffnete Deckel berührt die Wand nicht. Es gibt also keinen Lärm und keine Beschädigung. Der Flippin lässt sich leicht leeren und sauber halten. Er hat einen herausnehmbaren Kunststoffeinsatz mit Griffen, in der die Perfect Fit Brabantia Müllbeutel tadellos und von außen unsichtbar hineinpassen. Der Flippin besitzt eine große Füllöffnung, damit nichts daneben geht. Außerdem hat er unten einen schützenden Kunststoffring, damit auch der Boden nicht beschädigt wird. Der Flippin ist 29 cm im Durchmesser und geschlossen etwa 68 cm hoch und – ganz überraschend – der erste Abfalleimer, der auch innen hübsch und bunt aussieht. Der Flippin ist ein neuartiger Abfalleimer mit beachtlichem Fassungsvermögen, der sich einfach leeren und erstaunlich praktisch öffnen lässt und ein wunderschönes Extra für Ihr Zuhause ist.